Die Suche nach dem Traumhaus Deutschlands geht in die nächste Runde für unsere Juroren Eva Brenner und Guido Heinz Frinken. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Haus des Jahres. Wir besuchen 36 Häuser und heute sind wir einer einer wahnsinnig schönen Kulisse. Wo sind wir? Wir sind an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern, schauen uns hier zwei Häuser an und ein drittes in Brandenburg. Und am Ende, wenn wir alle 36 Häuser angeschaut haben und das schönste Haus Deutschlands gewählt haben, gibt es für den Gewinner 10.000 Euro. Ob im ersten Haus alle Wünsche in Erfüllung gehen? Alex und Janot haben sich damit auf jeden Fall ihren Traum vom Eigenheim verwirklicht. Hey, ich bin die Alex. Und ich bin Janot. Und wir leben hier mit unseren drei Jungs und unserer Hündin. Im Mai 2013 stand der Rohbau des Hauses. Fünf Monate später ist das Paar hier eingezogen. Der Plan war, dass es auf jeden Fall unseren individuellen Ansprüchen genügt und dass wir uns hier alle wiederfinden. Das ist ja ein Holzhaus, eine Holzständerbauweise. Zum einen wird es im Winter nicht so schnell kalt und im Sommer nicht so schnell heiß. Und auch das Klima im Haus ist einfach ein angenehmeres, ein Wohlfühlklima irgendwie. Mal sehen, wie sich das auf die Bewertung auswirkt. Maximal 10 Punkte kann jeder Experte für das moderne Strandhaus vergeben. Das Strandhaus in der Nähe von Greifswald, wir hatten es uns etwas hanseatischer vorgestellt. Stattdessen hat uns Skandinavien überrascht. Wunderschön fand ich den traumhaft angelegten Garten, der in den Innenraum überging, über die großen Fenster. Auch von innen alles herrlich offen gestaltet. Gepaart mit wirklich schönen Details und sehr, sehr ausgewählten Farben. Etwas versagt hat für mich leider das obere Geschoss. Etwas zu eng, etwas zusammengewürfelt und der rote Faden ging mir leider verloren. Und deswegen kann ich dieses Mal aber trotzdem noch richtig gute 8 Punkte geben. Ich habe mich heute grundsätzlich sehr wohl gefühlt und habe deswegen auch nur so ein paar Mini-Kritikpunkte. Ich habe natürlich den Meerblick vermisst, also modernes Strandhaus und gar kein Wasser so drumherum. Dann fand ich die Bodenlösung nicht ganz so gelungen. Aber ich gebe diesem Haus, diesem schönen Haus, 8 Punkte. Heute war ich zu Gast in einem sogenannten Strandhaus. Ich habe ein Haus auf Stelzen erwartet. Was habe ich bekommen? Jalousien, die auch ganz nett waren. Drinnen ging es modern, skandinavisch und trendy weiter. Und es gab sogar die ein oder andere Überraschung für mich, wo ich dachte, das muss ich mir merken für zu Hause. Die Küche hat mich nicht begeistert, da habe ich ein bisschen den Mut vermisst. Aus dem Grund gebe ich dem Strandhaus 7 Punkte. Damit fährt Bewerberhaus Nummer 1 an der Ostsee ganze 23 Punkte ein. In Brandenburg, über 300 Kilometer entfernt, geht für Guido, Eva und Elna die Suche nach dem schönsten Haus Deutschlands weiter. Nachdem sie jahrelang danach Ausschau hielten, haben diese beiden im Kreis Potsdam-Mittelmark ihr Traumhaus entdeckt. Hallo, ich bin Florian. Und ich bin Alexa. Und hier renovieren wir seit drei Jahren unser Traumhaus. Das liegt direkt am Wusterwitzer See. Für die Hausbesitzer war es bei der 110 Jahre alten Immobilie Liebe auf den ersten Blick. Wir wohnen jetzt hier seit drei Jahren. Wir sind eingezogen, da war ein Raum fertig. Die Renovierung dauert immer noch an. Wir gucken immer, welches Budget wir haben und was wir dafür realisieren können. Aber das ist auch das Schöne, weil so haben wir uns das Haus Stück für Stück erarbeitet. Dann kommt jetzt fix die Bewertung. Wie viele Punkte lassen die drei Experten Bewerberhaus Nummer 2 da? Die Stadtwilla von Wusterwitz zeigt sich von zwei Seiten. Einmal von der Straße aus eher noch etwas trist und dann hinten raus schön renoviert und fast direkt im Seezugang. Innen geht es auch sehr schön weiter. Es gibt viele alte Stilelemente, die ich liebe, wie die Treppenanlage, viele Textilien, die für Gemütlichkeit sorgen und einige Designklassiker. Etwas schwer tue ich mich mit der Küchenaufteilung. Trotzdem gebe ich sehr gute acht Punkte. Die kleine Stadtwilla hat es mir wirklich angetan. Nach den ersten drei Schritten in das Haus habe ich schon gespürt, dass da drinnen wirklich ganz viel passiert, was man von außen gar nicht vermutet hat. Heute habe ich gar nicht viel zu meckern. Natürlich, von außen ist noch ein bisschen was zu machen. Es gibt heute neun Punkte. Für mich ein tolles Haus, ein wirklich perfektes Familienzuhause. Was mir besonders gut gefallen hat, war die Zusammenstellung der Farben, das gewachsene Interieur und vor allen Dingen die tollen alten Türrahmen. Ein einziger Kritikpunkt war, für mich war es keine Villa. Es war eher so ein Bauernhaus. Dennoch möchte ich ganz tolle neun Punkte dafür vergeben. Zusammengerechnet ergibt das Ganze 26 Punkte für die Stadtwilla am Wusterwitzer See. Ein letzter Kandidat wartet heute noch auf unsere Experten Eva, Elna und Guido. Wir sind heute in Klein-Kussewitz und schauen uns ein ganz besonderes Haus an. Was schauen wir uns an? Ein altes Gutshaus. Elna, was stellst du dir darunter vor? Altes Gutshaus? Da denke ich direkt an so einen alten Adelssitz vielleicht. So ein Lustschlösschen. Ja, unsere Prinzessin wieder. Im ehemaligen Adelshaus Klein-Kussewitz wohnt seit fast zwei Jahren dieses bürgerliche Paar. Ich bin Aylan. Ich bin Karl. Und das ist unser wunderschönes Gutshaus. Die Kosten für das denkmalgeschützte Haus lagen bei 350.000 Euro. In den Umbau hat das Paar knapp zwei Millionen investiert. Wir sind hier in Klein-Kussewitz, in unserem Wutshaus. Und das Besondere ist einfach, dass es, ja, wunderschön groß und gigantisch ist. Dann sollte die Bewertung ja dementsprechend ausfallen. Maximal zehn Punkte kann jeder dem ehemaligen Adelshaus geben. Ich habe mich wirklich schockverliebt. Dunkle Wände, tolle Möbel, schöne Accessoires, schöne Farbauswahl der Wände und Stoffe. Daher zehn Punkte. Ich finde, hier hat jemand mit ganz, ganz viel Liebe, mit Stil agiert und trotzdem diesen Charakter des alten Hauses nicht übertüncht. Mir hat es total gut gefallen, dass man hier sehen konnte, dass die Inhaber auch Lust hatten, alte Dinge zu sammeln, alte Möbel zu finden und diese dann hier in Szene zu setzen. Und deswegen vergebe ich zehn Punkte. Heute war wirklich alles auf dem Punkt. Ein parkähnlicher Garten, der schöner nicht hätte angelegt sein können. Eine wahnsinnig schön renovierte Fassade. Jeder Raum war ein Erlebnis. Insofern bleibt mir einfach nur zu sagen, ich vergebe volle zehn Punkte. 30 von 30 möglichen Punkten. Besser geht's nicht. Die Jury setzt im Gutshaus damit die Krone auf. Das Strandhaus in Neunkirchen bei Greifswald. Die Stadtvilla in Wusterwitz. Oder das Gutshaus Klein-Kussewitz. Der heutige Finalist ist eindeutig. Ein Gutshaus, eine Stadtvilla, ein Strandhaus. Aber nur eines konnte gewinnen. Und zwar mit eindeutigen 30 Punkten das Gutshaus von Klein-Kussewitz. Glückwunsch! Untertitelung des ZDF für funk, 2017